Ich wurde gebeten, noch etwas aufzunehmen als Film. Wir sind in Engedi, hier oben hochgewandert. Ich muss aber entschlossen, bei der Engedi die Quelle, wo ich jetzt gerade bin, wieder runter zu wandern. Ich stelle mal den Komod-Link rein, da oben ist die Quelle. Hier ist eine ehemalige Mühle, Wassermühle und wir laufen jetzt wieder herunter. Das sind unheimliche Eindrücke. Natürlich ist hier nicht so ruhig wie in den Alpen, aber schon krass. Und so zu Feiertagen wie jetzt, die ganze Woche ist hier frei in Israel für viele Leute. Da sind alle Naturbegeisterte, sind unterwegs. Von überall sieht man die Laufende wie die Ameisenberg. Ja gut, da drüben ist Jordanien und da verabschiede ich mich schon wieder. Tschüss. Happy Trails. Tschüss. 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 Vielen Dank.